Hey, who's Shellshock, Freunde? Es gab es schon lange nicht mehr hier, Baloui ist am Start, ich bin am Start, wir beide sind ein Team. Ich bin Baloui. Ja, er ist Baloui, genau, das hast du gut erkannt, man, Deutsch. Wir spielen heute mal gegen Randoms. Will, warte mal, Will, kommen in der Aufnahme. So, noch. Abonniert's mich. Spinner. Oh, Mann. Oh, 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 ich hab Glück gehabt, ich hab Glück gehabt. Okay, auf wen geht's erst? Am besten auf den Bug-U-Cheating, weil der andere ist Level 19, ne? Wer ist Level 19? Der Jack ist Level 19, der andere ist Level 79 Ja, dann gehen wir auf den Boguchi-Ding Ich habe irgendwas mit Asteroiden, Balu Keine Ahnung, ich muss mir gerade mal gucken Wir gehen mal auf den Shitting-Dinger Ja, ich versuch's Okay, Feuer! Oh, ich hab verkackt, ich geh doch auf den anderen Ich auch Ich hab's mir gerade anders überlegt Gut, dass unsere Zielfertigkeiten irgendwie nicht so die besten sind Ah, glaub ich auch Passt schon Ähm, was hast du für Waffen am Start? Ich bin in einer Aufnahme Ich hab Arrow, Banana, Breaker, Disco-Ball, Driller, Spiker, Snake, Mini-Pinger, Magnet und Flame Pass auf, ich hab ne Oh, der Typ, der Boguchi-Ding hat sich perfekt hingestellt Der kriegt jetzt gleich ein Arrow Ja, und ich hab ne Schrapnel Okay, der kriegt jetzt Arrow in sein Knee Schade, dass man Skyrim nicht zu zweit zocken kann Basti, wäre das nicht ein Spiel für uns, so Skyrim zu zweit Skyrim eigentlich nicht schon Alter, nee Alter, nee Ey, wie riecht ihr da Alter, wie wieder ich alles abkrieg Oh, wartet, lass mich den Ja, ich krieg das Double Damage nicht, nur zur Info Ich glaub, ich krieg den Ich hab ein Arrow drauf Oh, scheiße, ich hab die Fall Lol Oh, nein Ich hätte nicht Nein Ich hätte nicht gedacht, dass das nicht reicht Wie kacke waren wir denn? Ich hätte nicht, ich hab mich eigentlich total anders eingeschätzt Ich hätte gedacht, dass das reicht Oh, jetzt geht der da hinten wieder auf seine Wand Komisch war das denn Wo macht der? Alter, ich, ich, ich wir brauchen gerade was sagen Achtung ich hau die Schrapnel rein der kriegt es auf jeden Fall was ab auf wen geht das ich hab das Loch vorbereitet wie cool der Jack der tut mir ein bisschen leid der kriegt aber jetzt gleich ein Arrow also so richtig der trifft so safe der sich nicht bewegt kann er nicht mehr steckt da fest er hat es probiert okay geil ich hau dann mal so Asteroiden rein ich weiß nicht was die können die habe ich noch nie ausprobiert warte Asteroiden oh 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 fuck hoffentlich hat er nicht noch einen okay Balu die Asteroiden die sind doch scheiße oder ja ich glaub so aber der Fai war cool alter wo bitte ey bitte ich ich krieg die Krise wenn der mich jetzt wenn der mich jetzt one hittet oder sowas ey nein ich schaff das doch niemals alleine ah 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 das ist nicht gut okay das ist egal okay gut alles klar alter machen wir wir müssen den Jack P ich kann den jetzt ich hab noch mal so ein Schrapnel rein voll im Fokus macht die Banane genug Schaden oder lieber was anderes ich weiß es weiß es nicht ich kann es nicht einschätzen kann Banane drauf oh 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 okay oh scheiße ey dein Ernst dein Ernst scheiße oh ich hab dich getroffen ja wahrhaftig oh oh und mich selber was wie kann das sein was hau ich denn da drauf hallo ohne Witz oh Louis wir haben ein Problem glaube ich ja das Problem ist wenn du getroffen hättest wäre es glaube ich ein bisschen einfacher jetzt der Typ ist auf jeden Fall fast tot ich hab noch eine Snake in Disco Ball ich hau da einen Disco Ball drauf oh aber der der mit seinem Sniper hat mir halt echt oh den Tag versaut ja irgendwie schon pass auf ich hau so einen ähm nein ich treff nicht okay okay ich hab meinen Plan gerade geändert ich schieße äh ich schieße Snake hinten auf den Katschingis Kahn Dingsbums ich hau jetzt so ein so ein Bounce-Bloat rein wird schon schief gehen ich fahre jetzt erstmal ein Stück vorwärts ich komm da nicht runter und wieder hoch also gehen wir jetzt auf den anderen Typen okay Feuer nein der ist zu hoch nein der ist voll daneben oh nein oh oh nein au au wow 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 weißt du ein Bounce-Bloat trifft nie aber wenn Basti damit spielt dann bringt er mich einfach um damit Dankeschön Applaus an Basti Team Wappa Adventure Time ich bin so tot ich bin so tot okay das war's es tut mir so leid es tut mir so leid viel Erfolg noch würde ich sagen Alter das gibt doch nichts das weißt du ohne Witz ich hatte gehofft dass der da in dieser Kuh bleibt da irgendwie und dort der Mensch macht aber nee mhm Alter oh oh boah das Ding ist so übel euer Ernst go Basti ähm was Biker es kam kein einziges war wahrscheinlich zu Schreck Alter dumm oh man Paul Louis es tut mir so leid ich hab's versaut nicht schlimm ich glaube ich bin auch bald tot ja ich glaube auch Alter ein 30er Kripp noch reingehauen okay mhm oh du hast damit damage und mach Batsching kaputt ja ich mach mir jetzt mal irgendwas was ist das was ist das das wusste nicht dass dies das sich so krass aussplittet wir wollen eine Revanche oder Baloui mhm ja vielleicht schon mal einfach andere ja okay Baloui will andere damit er auch mal gewinnt Leute richtig das trifft auch nicht warten ok ne 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 das war voll daneben oh soll ich auf das Pack gehen tja ich weiß nicht ob dir das noch ein Arsch rettet weißt du nicht aber 30er Amor oh nein und die haben neue Waffen jetzt ist lustig der hat bestimmt noch ein paar Asse im Ärmel mit dem Level die Baloui glaubt ihr wird alles noch gut oh man ich würde jetzt auch noch gerne leben ich glaub's dir haha aber ich glaube ich bin jetzt tot please hit mach doch mal hier Katsching los oh 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 let's geh hin oh 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 Nein, nein, ich bin im Explosionsradius. So nah dran. Könnte klappen. Hätte besser sein können. Er ärgert mich jetzt so, dass wir es so verkackt haben. Guck mal. Alle. EG? Fragezeichen. Ich leb noch. Wie er sich nicht trifft. Ich leb noch. Du hast so ein Glück gehabt mit den Verästelungen gerade, ne? Ich weiß. Lol. Ich dachte, dass Hitze direkt da, wo es ausschlägt. Ey. Mann. Selbst der Tracer war nicht gut. Hä, war das der Tracer? Ne, war das das nicht? Ne, hieß das. Graveller. Wir haben verloren. War Louis, glaube ich. Nein. Es geht noch. Hä, warum bist du eigentlich gestorben? Schrottpanzer. Ich habe auf den Maul gekriegt. Ich verstehe nicht. Wie war das so gut? Tja. Wir haben gut angefangen. Stark nachgelassen. Den kriegen wir raus. Der andere darf bleiben. Nein, der ist englisch. Frauen raus. Ich will jemanden, der uns kennt. Echt? Wäre doch witzig. Ja, mal gucken, ob jemand kommt. Der uns kennt. War Louis. War Louis, es kommt keiner mehr. Kommt gleich schon. Keine Sorge. Irgendwie spielt keiner mehr Shellshock. Tja, da ist einer. Oh, Sarius. Willkommen. Erstmal auf Deutsch begrüßen. Fehlt noch einer. Oh, ja, bei Louis. Wird spannend. Na dann. Wird spannend. Savage Nudel. Diesmal streng. Wir strengen uns auf jeden Fall. Ja, wir sind stets bemüht zu gewinnen. Es muss die Absprache besser passen, na. So. Oh, scheiße. Ach nein. Aber wir dürfen anfangen. Geh du mal weiter vorher. Ja, Savage Nudel. Ja, weiter runter. Komm. Geh du mal weiter vor. Ich hole mir das Double damage, Basti. Ja, holst du dir? Oder sollten wir es beide probieren, weil wir nicht wissen, wer trifft. Holst du dir. Okay. Ich mach. Eingelockt. Äh, warte. Ich mach das da. Oh, leck dein Ernst. Es hat zwar gut Schaden gemacht, aber es hat halt genau in die Mitte getroffen. Ich dachte, das Teil rollt. Also, ich habe 140 Schaden gemacht. Ich fand das jetzt nicht so schlecht. Okay, nice. Ich geh erst auf den Zarius. Okay. Ja, ja. Der ist fast schon tot. Der arme Junge. Ja, ja. So muss es sein. Oder warte, nein. Lass mich auf den Zarius gehen. Ja, aber den anderen weiß ich jetzt. Ja, aber darauf ist meine Waffe schon eingestellt auf den Zarius. Macht das jetzt wenig Sinn auf den anderen zu gehen. Ähm. Lass uns fokussen, Basti. Lass uns fokussen. Oh, oh. Oh, oh. Ah, gut. Alter, was? Beide sind total schlecht getroffen von denen. Alter, was? Das ist doch mal ein Schwein gehabt. Das war auch deren ersten Schuss. Wir hatten halt ein bisschen mehr Glück. Okay. Ich bin ready. So, Sarius. Auf Wiedersehen. Oh. Der steht dann richtig beschissen da, ne? Area Strike hab ich gemacht. Ich hab 230 damage gemacht. Achso, Area Attack. Ich hab 60 gemacht. Ich schicke... Boah, Double Silver Spiker. Ich bin nicht so... Oh Gott. Was ist das da? Disco, ne? Nee. Au, au. Au. Au, aber ist okay. So, warte. Ich geh da hoch. Ich glaub ich mach Firework da hinten drauf. Das ist gut. Firework. Okay, ich feuer? Ja, ich auch. Äh. Ja. Ja. Der steht halt einfach beschissen, ne? Oh, nice. Okay. Der geht da so auf den Deckel. Ja, aber sowas von... Welches Level ist der? Ah, das ist der 56er. Okay, was hab ich noch für ne Waffe? Oh, der ist... Der hat ja keinen Bock mehr. Oh, oh. Ha! Als ob das es besser macht. Ich hau jetzt dann gleich ne Disco Kugel rein. Ja, ich hab ne Finiata, wollte ich gerade auch sagen. Okay. Ob da ein bisschen AOE damage rein, dann sollte... Vielleicht treffen wir sogar beide, wenn wir es ein bisschen schlau anstellen. Ja. Bisschen guten Winkel und so. Und dann gibt's Batz, 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 Batz. Uh, jetzt geh mal ab hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Alter! Na wenigstens ist das. Okay, also der Star Damage kann ich nicht einsammeln. Lass mich das Double Damage machen. Mach du. und landet perfekt wie hat er denn das geschafft das sind cheater also ich hau als nächstes ein blitz rein geht du schon mal auf den anderen ok ja ich okay ich schaffe das nicht ich bin ich bin gleich wieder da und ja vorhin war ich ja eher down als du also chill deine basis glück muss man ich habe schon eingeloggt ja ich auch das war ich wollte ja ja da und das ist eigentlich gar nicht so die schlechte ausgangssituation für uns ja und ich bei schluss wenn der trifft na bitte trifft ja schade ich habe nur ein step brauchen neun ja gut da brauche ich es gar nicht mehr probieren mit der sniper hallo ich versuche mir das päckchen zu holen okay mach das vielleicht ist da was für dich drin hier mit dem niedler dann noch auf ihn er hat sich ja er hat uns beide erwischt das war jetzt hart ok du vorwärts ich fahr ein stück zurück habe ihn wortelgarn stone water fight was ist water fight keine ahnung ich habe eingeloggt auf ich will mit dem niedler drauf gehen habe es immer noch gesetzt weiß nicht ob ich treffe neu einloggen nein ich treffe gut ja gerade ich habe 32 schaden er wird mich jetzt aus dem spiel und der den bürz irgendwas gekriegt er damit ist er prädestiniert mich zu treffen ob er das versucht und wird es machen an seiner stelle ich werde mich jetzt opfern nein tut es nicht doch aber was ich weiß nicht ob ich das und ich schaffe wir schaffen das sehr gut alter jetzt bin ich aber sowas von down was die kennt man sich durch irgendwas der name bekommt mir hat bekannt vor youtube alter ich lebe noch wie mit mir lebe alter ok hashtag team baba versuch jetzt was ich weiß nicht ob die fliege noch abprallen oder ich hau die blazes voll in den rein bitte 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 yes alter da ist balui jetzt bin ich da und ja das könnte passieren wer hat der noch oh tschüss basti nein hat mich noch getroffen jetzt ist meine ganze einstellung weg mach ihn kaputt oh nein kann ich nicht ja doch dazwischendurch ähm ja ich müsste nur noch einloggen ich habe keine waffe die dafür gerade gut geeignet ist warte versuch sein der hat nicht mehr viel ich weiß ich weiß ich weiß alles gut ähm so ich bin aufwandig oh come on keine ahnung kennt euch beide nicht ja aber hauptsache der name kommt ihm bekannt vor dann wirds Zeit bis Teil des Videos so mein Freund jetzt kaputt Baloo eine Banane sollte theoretisch fuck ach sie hat mir gebraucht oh Baloo ich mach ihn doch einfach kaputt jetzt warte deadweight reicht nicht ähm ähm geht mein bestes basti geht mein bestes ja geschafft gg 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 sehr gut alter geil gewonnen gg auf jeden Fall gg oh ja ich kann schon okay nice hat sich eine Waffe aufgewertet nope okay Leute dann würde ich einfach mal ähm sagen bis zum nächsten Mal schaut bei Baloo vorbei bis dann und tschüss ruft für 5-8 由